Wir werden es noch einmal machen. Ja, schön langsam. Schön langsam. Wir werden allerdings danach wieder in die ganz normale Angriff Kombination reingeben. Also... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die Drehung. 1, 1, 2, 4 und... 1, 2, 3, 4, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, Ah, hi.